Ja, hallo und herzlich willkommen. Wir sind heute Abend in Vogt und spielen für die Tanzschule Becker einen Ball in der Sögensteinhalle. Und ja, und machen ja einen ersten Selfiedreh. Und ja, neben mir ist die Annika. Und Annika, Annika, Annika möchte unbedingt Nachwuchs haben. Und also nicht so, wie ihr meint, liebe Jungs. Nein, wir brauchen Verstärkung für unser Team. Und ja, erzähl mal, was suchen wir denn? Wir suchen ein nettes, lustiges, freundliches, hübsches, talentiertes Mädel, was mir ein bisschen unter die Arme greift, weil manchmal wird es ein bisschen viel. Und von daher wünsche ich mir einfach eine nette Kollegin. Da wird sich ja wohl eine finden. Und gegen nette Mädels haben wir Jungs auch nicht viel einzuwenden. Also gut, also wäre toll, wenn ihr Talent habt oder denkt Talent zu haben, meldet euch einfach bei mir. Hier unten seht ihr die E-Mail-Adresse. Da einfach mal hinmelden und ja, dann können wir uns ja mal kurz schließen. Bis dann. Tschaui. Tschüssi. Wir sehen uns später noch einmal rein. Bis dann. Tschüssi. Das war der letzte Tanz zum Vortansen. Ihr wart spitzenmäßig. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht.